so kriegsbelohnung und gleich noch die kriegskiste wir haben ein dreier lichtäther bekommen ja ist ja nicht so dass wir davon schon genug haben und nichts gelbes was wir hochpushen können nichts mit drei sterne nichts mit vier sterne eine heldenmünze 50 menschwappen eine kleine trainer das dicke buch das legendäre buch wäre natürlich mega gewesen aber wir nehmen dass das legendäre buch macht von 1 auf 80 also auf stufe 4 bei fünf sterne das reicht dann halt von 75 bis 80 und das ist so der effizienteste weg um es zu nehmen beim limit break kann man es nicht mehr benutzen